Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Last Trains Home Und in der letzten Folge waren wir natürlich hier stehen geblieben Wir sind kurz vor Moskau und ich habe alles mitgenommen Hier alles eingesammelt und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt Zeigt es mir gerne mit einem Like, einem Abo, würden wir gerne sehr freuen Und wir, ich würde sagen, wir gehen direkt los, starten den Motor und fahren nach Moskau Mit der Gefahrenstufe von 4 Schon böse, aber, okay, okay, und jetzt hält es an Wir lassen uns auf den Zug fixieren Genau, Zug hält an Mission starten, bestätigen Moskau Fortfahren Habe ich nicht mehr Soldaten? Trupp einsetzen Okay, Moskau, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so schwierig war Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern Okay Ich halte davon nix Wir müssen Ich glaube, unser Major ist tot Wir müssen ihn rächen Genau, ich weiß, wie man jemand heilt Vorrücken 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 Aber ein Gegner, da Vorrücken Was ist das? Vorrücken Was ist das? Ich gehe in Dekrytung Ich verstehe Ich verstehe Ich werde das nicht warten Ich werde das nicht warten Ja, Herr Ich muss sich über das Ich versuche Vödet ihn Ah, der hat nichts gemerkt. Bitte, dir. Vorrücken. Hledam kryt. Co se dzieje? Hle, fratelle. Rozkazy? Ano, už du. Stole, du, du. Vrak! Nechci to! Postaram se o to. Jsem připraven. Utočím. Töten. Ankle. Töten. 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 Prozad. Sichern. Ankle. Waren hier noch welche? Müssen alles abkern. Ankle. Gut, hier war keiner mehr. Ist schon mal gut. Vorrücken. Wir gehen hier, wir schleichen. Gut. Gehen hier rüber. Genau, da wähle ich hin. Už du? Počuvam. Ano. Oh, die Gewehrmunizor. Genau. Anno. Jasna, wiec. Gut, den Stoff. Dann speichern wir mal. Przepraven, pan. Anno, pane. Okay, hier komme ich nirgendwo hoch. Perfekt. Ja, dann geht da hoch. Ah, da hinten ist ne Alarmsirene. Ne, přijetel. Przepraven, da gejatovi patschina. Wenn er soweit gucken kann, dann macht's ja keinen Sinn. Chet, hledam kryt. Rozumiem. Poslouchám. Nebude to čekat. Já se o to postarám. Ne. Kež by to šlo, pane. Já se to čekám na rozkazy. Už. Przepraven, pane. Anno, pane. Anno, pane. Wieder Stellung beziehen. Anno. Posláram se o to, pane. Podívám se. Ne, přijetel. Der bewegt sich keinen Millimeter. Perfekt. Vidím, ne, přijetel. Der könnte z Problem werden. Er hier. Zipu, je lepši možnost. Anno. Zde, rozumím. Už jdu. Anno. Vidím, nepřítele. Nebude to čekat. Čekám na rozkazy. Já se o to postarám. Rozkazy? Nepřítel. Postarám se o to. Postarám se o to. So, jetzt, wir gehen nach hinten. Oh, samozřejmě. Wegen dieser Daten. Nebude to postarám se o to, pane. Adam, pane. Holt. Und du holst, äh, Sprengstof. Ah, guck mal an. Do toho zbabelca. Necháme lenta kutět. Váše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Ja, wenn wir da hochgehen, ist unser Tod. Už jdu. Hier ist ein Informant. Gde je Major Gazdi? Unser Major ist... Ne, to asi ne, pane. Unser Major ist tot. Rozumím. Ja, munso ním. Tole rozkazu. Der arme. Čekám na rozkazy. Schovám se. Gut. Ano? Ano. Nepřítel. Hm, hradám krit. Som tu. Sen, ano, pane. Ano. Schovám se. Ano, pane. Du, dock, rotu. Ste. Nepřítel. Ano. Ano, pane. Čekám na rozkazy. Hážu granát. Co se děje? Ha? Nepřítel. Ja. Perfekt. Gut. Shitra bewaffnen, kõnen... ...nicht bewegt węd. Du musst danes soldáven v'huňen zahraffen. Jacóš ju takri to. Gut. Pripravlen, pane. Hned tam budu. Hvě Earvor. Priprávemější už nebudu. Hvě coprou. kundschaft wir sind eingekessert nicht gut ablösen vorrücken genau ihr holt jetzt Medizinerin du gehst schon mal drückst dich schon mal vor holt die Munition genau jetzt wird kurz gespeichert Perfekt Medizinerin Perfekt so und verlassen bestätigen ja die Mission Medaillen verteilen also ich muss ehrlich sagen die Medizinerin sehr gute Arbeit Schütze und Granatenball bestätigen weiter alles erfüllt Perfekt weiter haben wir alles und verlassen wir mussten Mosk leider Moskau verlassen fortfahren ja ist ne kleine Geschichte genau Tage 0 weiter Majore informowal mir was ich bin Kapitän Langer mein служbein kann es verabschieden ich verabschiede mich zu verabschieden und ich verabschiede Zug da. Abfahrt. Achtzeit pausiert. Perfekt. Was gibt es hier? Hier gibt es Händler. Ja, da würde ich hin. Nächster Halt ist da. Befördert. Okay. Okay. Erschalten. Okay. Hm. Die Schichten. Fortfahren. Der hat auch eine neue Fähigkeit sogar dazu bekommen. Landminen. Gleich müssen wir da sein. Da können wir kurz gucken. Gehen wir eins weiter. Ah ne, warte mal. Muss ich kurz raus? Genau. Wir schicken da jetzt ein Trupp in. Einsatz nicht möglich. Neuen Trupper stellen. Was haben wir hier? Deprimiert. Genau. Müsste gehen. Bestätigen. Ja. Einsetzen. Ja, Freunde. Also ich werde jetzt hier wieder, wie in der letzten Folge, hier alles abklappern, was wir benötigen. Und dann würde ich sagen, ich fahre dann komplett bis zu unserem Zielort Penza. Also wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefallen hat mit Moskau, dann schickt mir gerne noch ein Like und ein Abo. Würde mich ganz erfreuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge, 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 wir sehen uns in der 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 Folge, wir sehen